Oder? Müssen die Söldner sein. Oder die Diebe? Ach, nee. Ist hier. Eine Fähre. Ich könnte aber eigentlich hier auch schon mal noch ein paar Gebäude hier renovieren, wenn ich schon dabei bin. Moment, da hämmert denn. Halt doch dich. Ich halte dich gleich mal. Guten Tag. Ach, ich habe immer noch die Giftklinge. Komm, komm. Einmal. Zweimal. Ab. Komm. So, weg. So. Ach, da hinten ist eine Kiste. Den ganzen Terz nur wegen dieser einen Kiste. Das ist ja doof. Bevor der hier auch wieder mir auf den Sack geht. So. Ah ja. Da bin ich hin. Das will ich haben. So. Schneider. Yep. So. Konstantinopels Einkommen. Wir haben schon ziemlich viel. Und ich habe noch vieles andere. Alles mit meinem legendären Können gefertigt. Ja, ja. Dann zeigt mal dein legendäres Können. So. Äh. Schwere Schwertscheide. Klar. Nehmen wir mit. Können wir mal gebrauchen. Kommt wieder. Halt. Halt, halt, halt. Ich habe noch was vergessen, Kollege. Ich meine Fallschirme. Können wir Anna noch kaufen. Okay. Das wäre gemacht. Na, Kleider färben machen wir nicht. Und da hinten ist noch ein Buchladen. Vielleicht können wir noch ein paar Schatzkarten und sowas kaufen. Und dann sehen wir mal weiter, ne? So. Ja. Buchladen. Bitte renovieren. Wie soll ich mal abgehen, die Leute hier? Schlimm sowas. Ich habe eine medizinische Abhandlung von Ibn Rush persönlich. Ja, ja. Hat der andere Buchhändler auch schon gesagt. So, Schatzkarten. Alles mal kaufen, bitte. Kann ich nämlich später, kann ich mir dann, äh, gemütlich die Schätze alle suchen. Und dann passt das schon. Kohle haben wir ja eh mehr als genug. Und dann, ja, würde ich sagen, so können wir es machen. So, Bücher. Habe ich auch schon ziemlich viele gekauft. So, Freunde. Mal gucken, wie geht es weiter. Was können wir hier noch machen? Oh, eine Bank. Bank ist wichtig. Bank ist sehr wichtig. Mal gucken, ob wir überhaupt schon was drauf haben. Ist zwar noch nicht Ende des Monats, aber... Mal sehen... Ob wir schon Einkünfte haben. So, Freunde. Jetzt... Ich sage das ziemlich oft, Freunde, ne? Aber wurscht. Unglaublich. Was für ein Abschnitt. Nein, 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 nein. Ihr geht weg. Ihr geht weg. Äh. Halt. Stopp. Da ist sie doch. Habe ich jetzt nicht gesehen. Boing. Konstantinopels Einkommen. Ja, alle 20 Minuten. 12.500 waren es, glaube ich. Was mummelt der da? So. Geld abheben. Dankeschön. So. Jetzt... Würde ich mal knallhart behaupten. Hm. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Da unten sind die Söldner. Da sind die. Ach, wenn nicht. Machen wir mit der Hauptmission weiter. Aber da hinten ist noch ein Schmied. Den könnten wir auch noch... Den könnten wir auch noch renovieren. Und dann passt das schon. Und dann schicke ich mal gleich die Assassinen weiter auf Erkundungstour. Dass die noch ein bisschen hochkommen. So. Mal gucken, ob es auch neue Waffen gibt. Wäre ja nicht verkehrt. 12.725. Läuft. Nur die allerfeinsten Abgüsse und Verbindungen. Dergleichen habt... Ja, 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 ja. So, warte mal. Reparieren. Alles repariert. So. Jetzt. Rüstung. Gibt's nix. Äh, Hammer. Hammer. Haben wir. Ah, Merowinger Axt. Eine schwere Waffe. Äh, was kostet das Teil? Oh. Händ mal mit. Jetzt war mal ein schönes Schwert weg. Macht aber nix. So, was haben wir hier noch? Armbrust. Ja. Will ich noch nicht mehr kaufen. Warum soll mein Geld nicht so viel wert sein wie alles andere, was Lava Stufen und Käse? So. Jetzt. Wo ist denn so ein Schnellreisetunnel? Da unten ist einer. Was? Da oben müsste doch auch noch irgendwo einer sein, oder? Kann ja gleich zu Fuß da oben hin dackeln. Welcher ist denn Kürzer? Der da unten oder der? Ich würde sagen, wir gehen mal zu dem da unten. Ab, 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 ab. Hier, spür meine Axt. Oh, 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 oh. Ja. Ich glaube, die Axt, die hat ihm ziemlich den Schädel gespalten. Na da. Ab. Und ab. Alter, pinseln die da rum. Mal dieses Rumgemecker und Rumgepiense. Äh, bitte, 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 bitte. Pickt keine freundlichen Gefühle, Finn. Wie er lacht immer so. Ich hab Geld gekriegt. So, jetzt. Unterschlupf, da will ich hin. Da wollen wir hin. Gucken wir mal. Da wollen wir hin. Schauen wir mal, was das jetzt für eine Mission da ist. Ach, blöd. Und da sitzen sie alle so schön. Und genießen die Nacht. Würde ich jetzt... Würde ich jetzt auch gerne machen. Da sitzen. Einfach mal hier so den Himmel starren. Ja. Das fänd ich cool. Da hinten. Da, da, da leuchtet's doch. Da leuchtet's. Da will ich hin. Da und nirgendwo anders da. Mal sehen, was das da hinten gibt. Mal gucken. Der Wächter Teil 2. Ah, einer ihrer Assassinen hat mehr über den Mann herausgefunden, der sich der Wächter nennt. Es ist Zeit, sich um diesen Verräter zu kümmern. Bei der Suche nach dem Gefangenen nicht entdeckt werden. Oh, der kleine Prinz war erfolgreich. Fünfter Rang. Geil. Usan. Da ist er doch. Gibt es Neues von dem Verräter Vali? Habt ihr ihn gefunden? Er fand uns, Mentor. Zwei unserer Brüder wurden heute aus diesem Unterschlupfer entführt. Nun fordert Vali, dass wir unseren Besitz den Templern übergeben. Nein. Wir verhandeln nicht mit Männern, die Geiseln als Druckmittel einsetzen. Wir spüren sie auf und eliminieren sie. Dann sollten wir uns aufteilen und Galater absuchen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Alles klar. Gut, Knut. Kann sich da nicht hochziehen. Ah, jetzt. Gucken, wo er sich da rumtreibt. Ich sehe zwei blaue Kreuze. Nicht entdeckt werden, war das. Hab schon wieder vergessen. Ich alter vergesslicher Sack. Ich alter vergesslicher Sack. So, mal sehen. Müsste eigentlich doch jetzt hier irgendwo in diesem Eck hier irgendwo sein. Da bin ich da jetzt. Okay. Da unten, da sehe ich was. Ist er das? Aber da unten, da sehe ich einen roten Weg. Wo ist er? Bist du das? Nicht entdeckt werden. Ja, klar. Ich bin doch so gut im Schleichen. Ah, warte mal. Wir könnten doch. Wir könnten doch. Ich glaube, ich sollte mich besser in Form halten. Wir könnten doch. Wir könnten doch. Und so habe ich ihn euch. Nein. 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 Nein, halt. Ey. Was stumpfst denn du denn? Okay. Komm mal her. Ich brauche euch. Da hinten ist nämlich auch noch was. Was war da unten? Da unten in dem Eck. Da müsste der sein. Ja. Hallöchen. Hallöchen. noch geschafft. Ja. Ey. Nein. Was hat? Ach da. Könnt ihr mal aufgehen mit dem Scheiß? Jetzt reicht's. Jetzt reicht was. Hopp. Kommt her. Hopp. Traut euch. Hopp. Trau dich. Ja. Einmal. Zweimal. Ich könnte mal eine Rauchbombe oder so schmeißen. Oh. Verdammt. Es reicht. Oh. Hatt ab. Nach Hause. Guck mal. Hatt ab. Nicht das mit den Säcken hier. So. Jetzt schnell zum Hauptquartier. Was mir hier zu bunt wird. Am wen erinnerst du entkommst mir nicht? Ich zieh die aber auch an. Wie ein Kackhaufe. Die Mücken. Geiler Vergleich. Aber jetzt häng dich doch mal da hin. Was? Ach. Ich komm da nicht rüber. Boah. So. Jetzt Gas geben. Über den Friedhof. Das geht am schnellsten. Solche Säcke, ey. Hi, der Witzka. Hi, der Witzka. So, Herr Auditore. Bitte mal schnell sein. Was meinst du hier am Hauptquartier sind? Bevor es zu spät ist. Ey, warte. Da muss ich lang. Da muss ich rum. Ach, guck mal. Guck mal einer an. So, der wär weg. Der wär weg. Der wär weg. Der wär weg. Alles im grünen Bereich hier. Ihr seid ein pfiffiger Soldat, Ezio. Aber ihr allein reicht nicht, um die Stadt zu retten. Ich folge euch über die Dächer. So. Den Wächter verfolgen. Gut. Da unten über die Dächer. Ich über den Boden. Boing. Boing. Nicht wie die Luft zum Atmen. Aber als die Türken in die Walachai einmarschierten und der Assassine nichts unternahmt. Wie konnte ich da noch an euch glauben? Wenn eine Philosophie einem Mann verbietet, sein Volk, sein Land und seine Familie zu schützen. Wofür in aller Welt ist sie dann gut? Friede sei mit euch. Mein Schützling. Erfolg freigeschaltet. Yeah. 100% Synchro. Beschlossene Sache. Oh, 20 Uplay Points. Ja. Ja. Claudia. Ich bin nun im Besitz eines der Masjaf-Schlüssel. Und besser noch. Ich habe eine Karte entdeckt, mit Zeichen und Symbolen kodiert, von der ich glaube, dass sie mich zu den übrigen Schlüsseln führen wird. Ihre volle Bedeutung ist mir ein Rätsel. Jedoch hatte ich das Glück, eine Venezianerin zu treffen, die mir bei der Entschlüsselung helfen wird. Doch ich sollte meinen Erfolg nicht überbewerten. Die Templer haben immer noch einen der Schlüssel, den ich ihnen abnehmen muss. Womöglich brauche ich mehr Hilfe, als die Assassinen mir gewähren können. Wenn ich nur einen Freund am Osmanischen Hof hätte, das würde mir den Zugang zu den Geheimnissen der Stadt enorm erleichtern. Ziviler Ungehorsam, Sequenz 4. Gut, das soll es jetzt mal gewesen sein. Beim nächsten Mal, ich muss erst mal gucken, ob die Aufnahme richtig aufgenommen hat. Ich will es echt hoffen. Beim nächsten Mal denke ich mal, was machen wir beim nächsten Mal? Das haben wir ja, die Assassinenfeste, die ist sicher. Vielleicht gucke ich da nochmal, ob wir nicht noch ein paar Assassinen ausbilden. Ich werde offscreen, werde ich noch ein paar Schätze suchen. Ich werde mir hier noch ein paar Gebäude machen. Und ja, dann werden wir mal, denke ich, beim nächsten Mal hier bei der Hauptmission weitermachen. Und ja, das soll es jetzt für die Aufnahme gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Wünsche euch Spaß und sage Adios. Ich bedanke mich fürs Zusehen.